Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Metro Zero Mission Ich muss gestehen, ich habe mich im Internet mal schlau gemacht, wie man weiterkommt und hab dabei... ja, bin dabei auf etwas gestoßen und auf das Geheimnis, warum wir den Charge Beam noch nicht haben. Erstens, da meine Steuerung so scheiße ist Zweitens ähm, also Steuerung so scheiße, für die, die es nicht wissen Missiles hier, ne Funktioniert nicht Oho, komm mal, es funktioniert Aha, es funktioniert Das bringt mir aber herzlich wenig denn so kann ich den auch nicht besiegen Hä? One... ach so PAM! Woop! Pup, Pup, sammeln wir alles ein hier So, dann geht's hier hoch Ich bin nur gespannt, ob ich das nämlich hinkriege mit diesem Dingens Oha! 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 Oha so es sei das war der Fall ich wollte ursprünglich da oben hier hier geht es nämlich in den Tod so können wir nicht die Missile Container erhalten Missile Kapitalität erweitert da 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 Mensch Spakow BÖSE 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 das ist ganz easy zwar zieht euch das mal rein das war's oh mein Gott so noch mal runter hier verdammt so jetzt da und und so hier nach oben so jetzt haben wir das nämlich hier so perfekte denn der Haus und wir kommen endlich mal weiter was findest du denn? ach komm, lass gut sein hab ich schon aufgekriegt ja, da ist es so da rein pam 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 so, das auf und hiermit aktiviert man diese ding-a-dingsens hier cool, nett hätte man mir ruhig eher sagen können ja, hier, äh, das ist ein Energietank, ich würd gern Dankeschön ne, komm, lass es so, speichern Dankeschön dafür so, gut wie viel Zeit haben wir? 6 Minuten erst so, gehen wir mal hier rein da ist nüchst weiter da ist nüchst weiter what the hell what the hell bam 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 immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf traurig in der Fall ist dann 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 und so ist es nicht was geben Oh! Eieieiei! Nein! Nein, 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 nein! Nein, du verreckst mich nicht, Samus! Alter! Oh, komm schon! Das ist doch nicht wahr! Ja, komm! So! Komm! Auf, 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 auf! Ja, er kommt jetzt! Oh Gott, das ist ja schnell! Oh Gott! Was? Alter! Mach keine Faxen! Outsch! Autsch! Spakulat, ey! Hm! Hm! Wo wir nichts können! Also! Okay, okay! Äh, Prinzip verstanden! Prinzip verstanden! Zu zweit! Äh, Alter! Okay, bisschen hab ich was noch! Boah! Alter, was denn Vieh! Äh, Alter! Als nächstes, dann an der Aufwärmung wird das noch nicht. Was ist der K!!! ich 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 so Okay, ich habe ihn jetzt schon soweit. Sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus als vorhin. Alter, wie er mich trotzdem erwischt, ne? Und dann kommt er da rüber. Komm schon! Und dann kommt er da rüber. Oh, fett. Okay, jetzt sind wir hier bei dem Weg. Okay, dann beende ich hier den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, Metroid Zero Mission. Heute, gib für diesen Epping-Kampf einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, Metroid Zero Mission. Haut rein, Leute! Tschüss!